ich bin nicht aufgeregt sondern ich bin motiviert ich bin weiß ich nicht ich liebe einfach meinen job was ich liebe das leben ich liebe meinen job ich liebe ich mache einfach das weil ich gerne ganz willkommen beim videoaktionsziel freunde der goldi deal von swarovski war es schnell schnell ausverkauft aber dreimal dürfte raten was wir hier haben guckst du schwarovski schwarovski schwar 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 klitzer stein schwarovski und zwar haben wir wieder ein deal in rose gold es ist natürlich es gab eine frage ob das echtes gold ist freunde so fragen nämlich gar nicht ernst bitte wir reden von 69 euro anstatt für 300 bei 300 kann schon kein gold sein da wird die uhr alleine 20 kosten und zwar 20.000 nur mal so also bleibt mal bitte auf dem teppich mit solchen fragen also original swarovski wir haben wieder das ganze von der firma neulani neulani ich weiß gar nicht wie man das ausspricht ist auch egal ganz oft bei denen auf der website gehen die armbanduhr ist wieder mit falsch schließe guck mal hier sicherheits falsch schließe da ist immer so ein papierchen dran ist auch egal trauen wir jetzt nicht so kannst du auf alle größen verstellen die uhr ist spritzwasser geschütze wasserdicht glaube ich drei bar ja also kann man mit duschen machen tun so original swarovski steinchen und auch hier wieder das schöne guck mal hier ist eine folie dran die mache ich jetzt mal ab dass man auch mal ein bisschen sieht irgendeiner kriegt dann dieses set wo die folie ab ist schau mal mit zu einem richtig schönen royal blauen zifferblatt wir nennen das ganze auch blaue prinzessin und guck dir mal die steinchen an wie schön die sind und guck mal wie schön das verarbeitet ist schau mal was das für eine tolle ware ist also so es ist der hammer ich bin da immer wieder begeistert guck mal das schöne auch hier wieder steinchen besetzt und es bleibt hier am pulli oder so siehst du nichts hängen also hat kratzt nichts auf oft hast du so billige uhr mit zu steinchen die kratzen an die ganze bluse und pulli auf oder so richtig schön verarbeitet also eine ganz ganz tolle uhr mit swarovski steinchen die ist da mit drin kostet normalerweise 149 euro und ist hier reduziert auf 9 also auf 70 euro der ganze deal kostet aber nur wir verraten sie jetzt schon mal 69 euro wir nehmen nur 69 da ist die uhr drin ja ich lege es nur mal hier dann ist hier ein armband dabei und zwar ein armreif als armband hier mit solchen schönen anhänger schon dran schau mal inspiration und so weiter schöne lebenssprüche liebe freude lachen schöne sachen drauf guck mal den kann man in der größe so einstellen wie man es braucht das heißt man biegt den auseinander und dann hat man den in der größe wie man ihn mag ja der ist also variabel einstellbar ich mach das jetzt mal nicht ja weil man muss den dann nämlich an der seite einmal knicken schaut das euch an also der geht auf sehr sehr große arme auch ja richtig schön passend zur armbanduhr und guckt euch den mal an wie schön der ist guckt mal ja liebe freude friede freude eierkuchen ja den mann immer glücklich machen steht da drauf der mann hat immer recht der mann ist das maß aller dinge nein für die männer für die frauen zum für die weibchen zum verschenken nikolaus weihnachten goldi deal war weg jetzt hast du blaue prinzessin noch mal 100 möglichkeiten okay schaut euch den an der ist richtig schön der gehört hier dazu schlägt ihn mal hier dabei und dann gibt es noch und das finde ich richtig schön übrigens der reduzierte preis für das armband ist 29 990 30 euro der war vorher 50 euro ja den gibt es auch noch was dazu guck mal diesmal gibt es eine kette dazu auch wieder in diesem rosé gold guck mal der hammer guck doch mal bitte was das für ein schöner anlänger ist mit diesen vorowski steinchen schalt es mal neben die uhr guck mal dass du siehst wie schön das harmoniert was das für eine schöne ware ist ja guck doch mal bitte ist das nicht eine schöne ware schau doch mal bitte guck doch mal der hammer auch swarowski steinchen alles dran vom allerfeinsten hat 79 euro gekostet ist ausgezeichnet mit 50 und gibt es beim deal mit dabei die kette ist auch richtig lang ich weiß nicht 50 zentimeter schätze ich ne schaut das mal an richtig schön also der deal besteht aus drei teilen der wert war über 300 euro reduziert der wert rund 200 180 habe gleich einen kleinen grönt so und das ganze kostet 69 euro versandkosten schmerz hinter uns beitrag gibt heute keinen weil wir gesagt haben 90 euro ist so schweine günstig oder geben wir nichts dazu oder was sagst du soll man noch irgendwas dazu geben wir machen gerade nie durch die aber komm ruhig rein hallo hat die grüß dich dankeschön so also das ist das live ist das ist halt so wie es ist also passenkosten martin auf weiter was packen wir dabei müssen was sagst du mal wieder hier so eine was war das mundbalze haben oder so ein schüsselanhänger wir packen wieder was dabei mit zwei ostgesteinchen irgendwas gibt es gratis zu tun wert von zehn euro oben unten unten vorne klicken und schenkt eurem weibchen was schönes happy life happy wife ciao